Game over, man! Ihr seid nicht das Volk, nein, ihr seid menschenverachtende Missgeburten ohne einen Funken Verstand, eine pöbelnde Masse, die dazu bereit wäre, Kinder zu erschießen, um eure selbstgefällige Rasse zu schützen. Wenn der Medienterrorismus keine Grenzen mehr kennt, euch verblödet und euer Hirn völlig zu zerstören droht, gibt es eine Truppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu unterhalten und euch auszubrechen erlaubt aus dieser Hölle, die sich Alltag nennt. Die Pixel-Legion! Einige dieser international agierenden Mitglieder haben sich schon 2015 getroffen, um sich zu messen. Aber nein, nicht mit Waffen, sondern mit viel Humor und ein klein wenig Taktik. Eine epische Ronde Risiko Evolution oder Legacy, wie wir Cool People dazu sagen. Nach sechs Stunden nervenaufreibender Spielzeit und geschundenen Nerven wurde der Meilenstein gelegt. Sie versprachen sich beim nächsten Treffen die nächste Runde zu spielen. So geschehen am 13. März 2016. Das ist der Hammer, weil... Alter, ich fick dich! één, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, neun... Warte, 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 warte. Nee, ich nicht. Zwölf! Hey, guck, ich habe dir noch zwölze Minuten. Daniel, nur, dass ich das nicht falsch verstehe. Geht das jetzt das Verteilen? Nachdem wie viele Gebiete man kontrolliert oder wie viele Einheiten man hat? Wie viele Gebiete man kontrolliert? Territorium plus Population Beides Zeit dazu Ach so, dann haben wir das ganze falsch gemacht Alter, dann haben wir das völlig falsch gemacht die ganze Zeit Oh man, weißt du was ich denn schon hier stehen muss? Aber er auch Ich aber auch, da haben wir alle jetzt auch selber Dann machen wir auch wieder Plus Population? Plus Population, das was draufsteht und das was du im Griff hast Stimmt, stimmt, stimmt Sorry, wir können Risiko nicht mehr Willst du nicht mal was Großes benutzen und das austauschen? Nein, es schaut noch mehr aus Es schaut wieder brandgefährlich aus Aber so langsam lichten sich die Aber Australien ist wunderschön, schaut sich Langsam aber sicher lichten sich die Fronten Wer wo steht Ich liebe diese Kamera, die ist aber geil, schau hin Wie realistisch gut Christoph aussehen Besser als mit einer gewöhnlichen HD Kamera Ja, wow Und ein 4K-Flocki und ein 720p Joe 480p Ich bin jetzt mal aufgerüstet auf 16-Bit Super Ist ja ok Ist ja ok Ist ja ok Ich hasse sein Würfelglück Ich hasse sein Würfelglück Nochmal Warte, lass mich nochmal richtig hinschneiden Nein, lass mich hinschneiden Es entbrennt grad ein heißer Kampf um Little Vienna Ich will deine Stadt haben, Floggy Einer darf wechseln 6-2-1 1-1 1-1 Ja, unentschieden Nein, nein, nein Zwei von mir Zwei von mir Ja genau Ich hab gekriegt Genau Venezuela Die Stadt wird gehalten Nein Nein Das sollte aber lang Jawohl Zwei Stück Penis Ach komm, was hast du für ein Scheißglück Wie viel füllst denn nur du Spapapapapast 1-1 Spatz Uppapapapapapast Spacko Das mache ich doch nicht Er cheater doch Ja natürlich, das ist ein verdammter Cheater Das ist Uri Gela Zwei 6-1 Ach komm, f*** dich Scheiße Yes Okay Es wird nochmal spannend Wow Ich probier's nochmal mit einem Ist mir egal What? Mit einem? Du lebst, Brüder Mit drei Ja Also wenn, dann würfel doch gescheit Er hat jetzt eine 6 Ich bring dann nicht um Weil er hat's Der Start wurde gehalten Okay Keiner Scheiß Jetzt machen wir das ein bisschen Uh, jetzt Lampier Unser großer Sponsor Würfel in die Hand Was? Wer denn? Krischi, nimm mal die ersten Vor allem jetzt gehört keiner von uns Nämlich Asi in komplett Krischi, nimm mal die Würfel in die Hand Wo sind denn die Roten? Da sind die Roten! Ja Ja 6-3 Nimm 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 Werbepause Nimm Nimm Genug Werbung für heute Nimm Nimm Wir machen doch eine Werbung Nein, Gott sei Dank Neckr ne? Neckerer Instant Kaffee Ja Salooop Kaffee Was? Warum? Weil ich es kann. Warum ist das nicht geschafft? Weil ich es kann. Alter, was machen? Du könntest ja mich hier in Asien angreifen. Ah, jetzt kommen wir ja mal nicht mit deinen überlegenden Tipps hier. Das ist ja... Scheiße. Scheiße. Ja, Joe. Nimm doch mal einen Würfel in die Hand. Einen Verteidigungswürfel. Ich versuche Alberta zu holen. Alberta? Ja, Alberta. Hier ist Alberta. Ich mag Alberta. Das ist irgendwie so eine alte Frau. Aber du hast hier einen Verteidigungswürfel. Ja, ich weiß. Eins. Das ist irgendwie nicht. Alberta gehört ihm. Juhu, Alberta. Kannst du echt so viel von deiner Base wegnehmen? Ja, da steht ja eh noch einer. Du brauchst nur einmal volle Kangel hierhin. Dann gib dir doch eine kleine Tipps, Mann! Ah, nee. Nicht 1,1. 1,1 geht doch gar nicht. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Noch zwei. Fünfer. Ich nehm die Rakete. Okay. Dann ist es auch so zum 1,1 oder? Nee. Dann auch scheiße. Ja, aber ey. Weil der Kreisstand ist für den Verteidiger. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Scheiße. Da will es um jeden Preis verteidigen. Der Sack, ey. Was sind diese Booster Packs? Was muss man denn da machen? Die haben ja schon alle offen. Nee, alle noch nicht viel. Nee, alle noch nicht viel. Die haben wir hier erst noch. Ach so. Die kommen dann noch die anderen. Ja, das kann ich nochmal ganz kurz zeigen, was wir da machen müssen. Sehr gut, der es Englisch kann. Und vorbei. Das ging schnell. Bis dahin bin ich gewappnet. Bis dahin bin ich tot. Außerdem. Okay, einmal Krishnak hat jetzt hier quasi ein Manko. Ich wäre auch bereit, notfalls in dein Obdottier einzumarschieren. Super. Ohne ihn zuvor zu können. Also irgendwie habe ich gerade so dieses Gefühl, es ist genauso episch wie beim letzten Mal. Das wisst ihr noch gar nicht, aber ich schneide es bestimmt mit rein. Du hast noch Europa. Du brauchst bloß ein Bild mit Einigung von dort. Ich glaube schon, ja. Was ist das, wenn mein Headquarter weg ist? Dann hast du quasi verloren. Nee, 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 nee. Dann hat er nur... Dann kommt ein Stern, der es einnimmt. Genau. Das hast du quasi verloren. Wollen wir uns einigen auf, weißt? Nö. Ich nehme meine gesamten Truppen, ich nehme meine gesamten Truppen, den nächsten Zug weg. Du sparst Truppen. Von da. Weg. Es ist bloß nach einer Truppe. Du kannst das einnehmen ohne Verluste zu achten. Du gibst damit dein Headquarter drauf. Du kannst das einnehmen. Du willst alle einfach bloß irgendwo anders hinsetzen. Ja. Warum soll ich dir vertrauen, wenn du mir deine Base-Glide voll in den Weg gestellt hast? Ich mache es nicht. Ja? Ja. Alles klar, gut. Nein, eben. Ich muss aber einmal angreifen, weil ich den Sticker hingekriegt. Ja, okay. Ich gebe dir eine Falle. So, gut. Du hast eins weniger, also haben wir Gleichstand. Das habe ich gewonnen. Genau. Ja, eins eins. Und dann leg ich hier einen weg, und dann zwei hin. Genau. Und das war's mit deiner Runde. Das war's mit einer Runde. Das war's mit einer Runde. Den ich in Joe eigentlich nur anzuholen kann. Joe, magst du mir bitte deine Spielerkarte geben? Ich habe aber keinen Manko dadurch, dass mein Headquarter weg ist. Das ist ein Ding muss weg. Ja, du hast dann aber auch einen Stern weniger, ne? Der zählt ja für dich dann nicht nur einen Stern. Ja, okay. Dann hat er einen extra. Ja, komm mir aus. Das Headquarter passiert ja gar nicht nur einen Stern. Also, ich will zum Joe nicht persönlich sagen, aber ich sag's euch. Ich werde dem Joe jetzt hier ein Manko draufkleben, das er beim Verteilen nur noch anhand seiner Gebiete verteilen kann und nicht mal anhand seiner Population. Also, das macht eh keinen Unterschied. Uuuuuh. Das ist trotzdem mies. Uuuuh. Ich weiß, ich bin Filmelf, ich bin so. Ich bin ein Arschloch. Ich, das bin ich. Ich bin ein Arschloch aus dem Weg. Nein, hallo, das ist Werbe. Werbematerial aus. Ja, sonst sieht man ja nichts. You do not add population when recruiting troops. There you go. Und dann kommst du auch schon mal von mir. Geschi, könnt mir bitte einspielen das Video mit den Schwarzen, die auszucken. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Super. Daniel. Daniel, verteil deine Leute bloß auf Greenland. Uuuuh. 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 Aber er hat's gefilmt. Uuuuh. Da grinst er. Super. Schau hin wie der kleine Sorbeck grinst dabei. Uuuuh. Ich warte immer noch auf euren tollen Plan. Uuuuh. Die ist eh zu. Uuuuh. Schnells am Boden. Boah, da war eh keiner da oben. Uuuuh. Die schlafen noch, Alter. Das wäre die Sonnenruhe. Ah! Ah! Soul Show! Soul Show! Ja. Was sagen sie dazu? Ähm. Taktisch Klub? Ich werde gleich von allen Seiten genommen. Ich werde gleich von allen Seiten genommen. Ja, das ist Taktisch Klub. Von hinten und vorne. Von hinten, von vorne. Von der Seite. Von oben, von unten. Und irgendwo zwischendrin. Jetzt kennt er seine Vorlieben. Neben Listen machten wird er gerne genommen. Man braucht einen taktischen Vorteil. Ey, nicht über das Privatleben, ja? Ich möchte dich einmal gerne rannehmen. Oh ja, von welcher Seite? Von unten. Okay. Das habe ich gerne. Ja? Du schnallt mir mir. Das kann ich das noch machen. Schreib dich auf. So gut es geht, werde ich dich jetzt aufreiben. Ja. Mir bleibt nichts anderes übrig als das. Und Reibung erzeugt Energie. Ja. Energie. Mach doch bitte von vorne. So. So. Und Machschal. So. Wer ist an den Lüffeln? Immer noch der Filmhelf. Bei mir willst du es drauf machen, du Arschler. Ja? Bei ihm den sollst du. Soll ich dir helfen? Du willst mich da reingreifen. Ja, Machschal. Warum? Warum hören wir eigentlich sowas? Ganz episch. Weil es geil ist. Das ist die beste Musik ever. Wir lassen uns zu kurz. 4. 1-1. Ja. Bitte mach das. Warte mal, du hast jetzt einen Minus oder wie? Ja, hab ich auch. Ja, hab ich auch. Warum denn 1-1? Was ist denn? Fuck. Bitte schön. Ich greif dich an. Was hat das so aufgeführt? Fuck. Jetzt noch. Regie, können wir das bitte einschalten? Das ist echt super. Ach du Scheiße. Geht noch was? Hier ja. Was? Hier, wo das eine steht? Liebe Zuschauer, Sie können es nicht sehen. Ah, nein. Verzeihung. Kurz zur Erklärung. Ich nehme jetzt das Headquarter ein und habe dann meine Sterne zusammen. Das ist der Plan von mir. Fuck. Warte mal, wie viele Sterne? Du hast einen. Ich habe einen Headquarter, dann habe ich drei Punkte und das wäre dann der vierte dein Headquarter. Notfalls nicht. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Du hattest eigentlich die Wechsel schön frei und dann hast du den Zug gemacht. Ich habe jetzt nicht mit deinem Punkt gerechnet. Ich dachte, du gehst jetzt, pass auf, hier rum und nimmst noch das hier. Nein, nein, nein. Das wäre doch sogar leichter. Ich dachte jetzt eigentlich damit, du hier. Nutz notfalls deine Kernwaffen. Okay. Was ich jetzt erwartet habe, ist das nicht. Mach deinen Scheiß. Dass er einfach hier durchmarschiert. Schaut euch das mal an, wie einfach ist denn das? Okay, mach einfach. Was bringt denn mir das? Also da ist auch eine ganze Zeit bei mir leichter dran. Da ist aber bei mir leichter dran. Nein, hier steht schon drei. Aber das ist natürlich einfach. Okay, mach. Komm, würfel. Ja, los, komm hier. Würfel jetzt endlich. Ich arbeite jetzt. Tun dann her. Uuuuuh. Gib mir mal bitte die Würfel. Wo ist mein Headquarter da? Wieso? Kommst doch immer auf mich. Warum willst du wirklich den Joe komplett vernichten? Ich fick jetzt den Joe. Geil. Sechs. Alter, der ist dir aber schon fast so... Aber ich bin nicht komplett vernichtet. Oh scheiße, ja. Aber du bist ihm schon fast so ein bisschen ebenwürdig. Ja, er hat ja auch... Du bist ihm ebenwürdig. Komm her, komm her. Verteidige dich. Oh, aua. Fuck. Okay, eins, eins. Eins, eins, ja. Ja, eins, eins. Das ist ein eklischer Bitchfight. Ja, komm. Fünf, eins. Jawoll. Langt. Zwei von dir. Zwei von dir. Warte, warte, warte. Wenn das nicht hinhaut, bist du sowas von wert. Ja, ja, natürlich. Aber der verdient ist wert. Ja. Fünf, fünf. Fünf, eins. Nein. Na wieso? Wieso? Ja, nimm mal. Eins, 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 eins. Ist besser als die Atomwarker. Zum Beispiel mit ihm. Sechs, drei. Eins, eins. Nein, das war's. Nein. Nein. Das sind zwei von dir weg. Das ist vier, eins. Also eins, eins. Das ist vier, eins. Und er hat sechs, drei. Ja, eins, eins. So eins, eins. Nein, zwei von mir. Weil vier schlägt drei. Ja, aber er hat die sechs. Warum schlägt das höchste? Ach so, stimmt ja. Okay, gut. Also doch. Ich meine, ich helfe dir nicht gern. Aber das ist fair. Es ist fair. 하고els. Ja. Oh, ja. Der wirft einen Hut gerade. Fünf, drei. Zwei von dir weg. Doch, ach schweiz. Und jetzt auch deine Kernwaffe. Ja, das muss mir ja nichts mehr jetzt. Der hat einfach besser was gekoppelt worden. Warte mal, warte mal, warte. Nicht auf mich oder zweifeln. Nein. Fünf, zwei. Zwei. Nee, das ist all's. Du leidst noch deine Kernwaffe einsetzen. Das ist aber nicht viel. Dann hast du aber noch eineIN immer hingegen. Naja. Dann ist es aus dem Spiel. Dann! Und eins von dir! Nimm dich! Das ist ja nichts mehr drauf! Musst ich lange warten auf diesen Moment! Fünf! Haha! Nichts gibt's! Komm Jo, komm Jo! Ja! Ja! Jetzt! Fünf! Ja! Ja! Kommt's! Nein! Ja! Aufschwitzen dieser! Wuhuhuhu! Aber ich bin noch nicht komplett! Sehr schön! Scheiße! Gute Taktik! Aber eigentlich ist es schau, dass die Gruppe zu kurz sind! Ich hab jetzt echt gedacht, der Maschine hier! Unverhoffte Sieger! Fick dich! Das ist echt super! Wir haben uns halt aber keine gerechnet! Mit dem Plan nicht! Nein! Echt? Ja! Aber so komplett die Sterne aus den Augen verlieren! Weil du und deinen Tricks Fehler gemacht hast! Ich frag mich mal, was ihr machen wollt! Euch gegenseitig auslöschen? Ich wollte jetzt eigentlich... Ich hätte ich ausgelöschen? Ich wollte eigentlich hier runter! Ja, okay! Aber das ist doch schon übelst schwierig! Ja! Ja! Headquarter! 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 Scheren! Mit meinem nächsten Zug wäre ich hier weggegangen und gleichzeitig durch Asien zu dir! Nämlich! Hier zu meinen! Ja! Wenn er so klein wäre gewesen, wirklich durch vier Städte durch! Ja, okay! Ich hätte nur drei geschafft in dem Moment, deswegen! Ja! Hätte hätte Fahrradkette! Oh! Nächste Runde! Oh! Fuck! Wo darf ich unterscheiben? Kuschnak! Du darfst einmal auf dieser Karte hier unterscheiben, dass du gewonnen hast! Schreib auch verkehrt rum! Schreib auch verkehrt rum, das hat sich eingebaut, Herr Danken, Lukas! N noise, n noise, n noise, n noise, n noise, n noise, n noise! Pips??? Und hab deine Karte immer zu machen. Ach, ja. Aber krass, Floggy, du hast unheimlich viele Truppen gekriegt. Ja, wie gesagt, mein Plan wäre mit der nächsten Runde, dass ich in der Südaabnere kam vielleicht nach Asien... Das war echt perfekt, dass du gleich die Grenzen dicht gemacht hast. Ja, na sicher. Dass du wenigstens gleich den Kontinentenbonus hattest. Und deine ganzen Truppen, die du überall hattest, stehen... Das war mein Plan. Weil deswegen hab ich ja gesagt, was wollt ihr da noch machen? Ich hab alles dicht gemacht. Ich wär von unten gekommen. Von unten, von hier. Ich hab hier gebunkert gehabt und wollte hier bunkern. Ich wollt mich wieder regenerieren. Und dann wär ich von da an... Ein guter Plan. Nein. Die können rumspringen. Südafrika war meins. Ja, aber das Schlimmste ist, wenn du einmal eine Fraktion klappst, dass du gewürzt dich auch an die Boni, die du gehabt hast. Ja, natürlich schon. Und hoffst auf mehr. Natürlich. Dein X hast du bald Gewinner gemacht, ne? Wo sonst? Ja, ist klar. Da ist wieder keiner vermischt geworden, ne? Nein. Nein. Ich hatte noch eine Figur zu bestellen. Du Glücksschweine, ey. Die Wahrheit muss wehtun. Heute spielen wir noch Krieg. Morgen schon könnte die ganze Welt zugrunde gehen. Die Anzeichen sind längst da. Wir können ruhig und unbesorgt in den Tag hinein leben. Und uns darüber Sorgen machen, dass wir keine Kippen mehr haben. Welche Frauen wir rumkriegen könnten. Oder uns über Germany's Next Topmodel lustig machen. Wir könnten weiterhin die Augen verschließen vor dem, was um uns herum geschieht. Oder wir könnten auch aufstehen und versuchen etwas zu verändern. Auch wenn es nur etwas ach so Banales ist, wie zur Wahl zu gehen. Denen da oben zeigen, dass man mitdenkt. Nicht alles akzeptieren zu müssen, ist unsere verdammte Pflicht. Steht auf und ändert was. Und wenn am Ende nichts als verbrannte Asche übrig bleibt, wissen wir eines mit Sicherheit. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. !' Steht auf. Sch précédente� sein. clockwise 3 des D sunglassestherin. Şu Wurzeln ist das Abийsaus vielleicht mal ebenso, was wirkernbar doch nicht so. ижstörungen. Österreich técniswo Wurzeln. bestimmt ein究ooo Daumen. Von blasein. Untertitelung des ZDF, 2020